Bei Entzündungserkrankungen handelt es sich um Erkrankungen, wo das Immunsystem gestört ist. Denn das Immunsystem ist eigentlich dafür zuständig, uns zu schützen vor Krankheitserregern, also Bakterien, Viren, Pilzen. Hat auch eine Funktion in der Abwehr von Tumorzellen, also Erkennung von Tumorzellen. Und bei Entzündungserkrankungen kommt es zu einer Störung des Immunsystems, wo das Immunsystem körpereigene Strukturen, Gewebe, Organe unter Umständen angreift. Ein Entzündungsbord ist eine Institution oder ein Treffen, um es ganz klar zu sagen, von Experten aus verschiedenen Gebieten. In erster Linie Experten aus den Gebieten der Entzündungsmedizin, allen voran die Rheumatologie, die Gastroenterologie, die Dermatologie. Das sind Fachgebiete mit vielen entzündlichen Erkrankungen, vielen Autoimmunerkrankungen. Das Herausfordernde bei diesen Entzündungserkrankungen, die wie gesagt Manifestationen oder Befall von verschiedenen Organen haben und damit von verschiedenen Fachdisziplinen behandelt werden müssten, ist, dass wir hier im Entzündungsbord diese Experten auf einem Fleck haben, die sich austauschen und sagen, für meine Manifestation würde ich die Therapiestrategie bevorzugen und die anderen Experten für ihre Fachdisziplin und dann einen gemeinsamen Nenner findet, wo man idealerweise ein Therapieziel identifiziert, was alles abdeckt. Entzündungsbords gibt es nicht an jeder Klinik. Es gibt verschiedene Entzündungszentren oder Universitätsklinika, wo diese Entzündungs- oder Autoimmunboards durchgeführt werden. Ich darf das Entzündungsbord hier seit mehreren Jahren leiten und es ist immer größer geworden, hat immer größeres Interesse gefunden bei den Kollegen, die Fälle einreichen, also in der gesamten Klinik, manchmal auch von extern, bei den Kollegen, die teilnehmen am Entzündungsbord. Und das ist etwas Besonderes, weil es das vor zehn Jahren noch nicht gab. Das heißt, diese Entzündungsbords sind eine junge Entwicklung, wo wir gerade Kriterien auch entwickeln, wie läuft so etwas ab, wie wird das dokumentiert und sollte auch wissenschaftlich begleitet werden. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass wir den Patienten helfen, indem wir ihre Fälle besprechen. Aber das Ganze muss man auch, sollte man wissenschaftlich beweisen. Und so gibt es einige Projekte, die hier aus dem Entzündungsbord hervorgegangen sind, zum Beispiel mit der Dermatologie, mit der Neurologie, mit den Kollegen der Gastroenterologie und der Hämatologie, wo wir wissenschaftlich untersuchen bei Patienten, die eben Krankheitsausprägung aus diesen zwei Disziplinen haben, wie die profitieren von unseren Empfehlungen. Und so gibt es einen kleinen Einstündungsbord.